Grüß euch und willkommen bei der Grünen Halde. Unser Postbot war mal wieder besonders schnell und zwar hat er mir wieder zwei neue Boxen gebracht und zwar von Firestorm Armada. Die RAND System Navi kriegt momentan eine komplette Überarbeitung und wird komplett ausstaffiert wieder mit neuen Modellen und zwar einmal bekommen sie die Kreuzerbox und einmal eine Destroyer und Frigate Box. Die beiden Boxen sind am 25. Released worden und heute schon bei mir. Die packe ich für euch heute aus und schauen wir mal was da ist. So, dann fangen wir mal mit der bekannteren Box an und zwar mit der Kreuzerbox. Die sind ja schon bereits enthalten in der Petrol Fleet Box. Die habt ihr bereits in einem Unboxing bei uns gesehen, aber nichtsdestotrotz kommt jetzt die Box der Kreuzer einzeln. Für viele den Transit Spieler auch ein fast Muss. Die schweren Kreuzer. Was ist drin? Was haben wir denn? Und zwar einmal das komplette Hüllenteil von den beiden Kreuzern und zwar dann die beiden Seitenteile für die schweren Kreuzer-Bauteile. Genau und die Flat Stands soll dabei sein. So und auf. Was haben wir drin? Das bautentypisch Bubble Wrap. Kleinteile. Werbung. Planetfall. So, schauen wir mal was alles bei den Kleinteilen drin ist. Die ganzen Flight Stands sind mit enthalten. Dann haben wir hier mal drei kleine Flight Packs. Dann die Aufnahmen mit den Finnen für die Heavy Cruiser. Dann haben wir hier zwei, vier, sechs Seitenteile für die normalen Kreuzer. Wahrscheinlich die Tarnverrichtung. Und hier die Seitenflossen für die schweren Kreuzer. Alles in allem vorhanden. So, dann gehen wir an die Polsterfolie. So, drin. Eins, zwei, drei Kreuzer. Wie erwartet. Die schönen Schankenschliffe. Mit den ganzen Türmchen und der Brücke schön zu sehen. Hier die Seitenbewaffnung. Und die Frontbewaffnung. Wie im vorigen Video bei der Petrol schon festgestellt. Sind die ganzen Modelle hier vorne angegossen. Beim Zusammenbau der letzten Modelle ist mir Gott sei Dank kein Bläschen untergekommen. So, eine kleine Nachaufnahme. Die andere Seite. Wenn man selbst, weiß ich nicht, sieht man es ja. Und zwar, wenn man in die Seitenlücken reinschaut. Selbst die sind vertieft und modelliert. Anklebestellen haben wir für die Seitenteile. Und für den Flightpack unten. Relativ wenig Arbeit. Außer hier. Moment. Falsche Drehung. Außer hier. Ein bisschen wegfeilen. Wegkratzen. Aber feiert nichts. Ist bei den anderen Modellen relativ leicht gegangen. Ja. Alles in normalen. Schöne Modelle. Auf zur nächsten Box. Da sind jetzt neu drin die Destroyer. Rein optisch gesehen ähneln sie den schweren Kreuzern. Die Fregatten sind äh ne. Schon bekannt. Aus der Box. Aus der Petrol Fried. Und wenn man auf der Rückseite anschauen äh. Schaut das ziemlich einteilig aus. Also bei den Fregatten ist bekannt. Die sind ja einteilig gewesen. Und die neuen Destroyer. Die Firebirds. Schaut ziemlich einteilig aus. Bin mal gespannt. So. Was haben wir dann. Einmal Bubblewrap. Kleine. Einmal Bubblewrap. Große. Flightstands. Und. Ah ja. Hier sind die Aufnahmen. Für die Destroyer drin. Auch wieder dabei. Planetfall. Das darf man dann. Das darf man dann. In keinem fehlen. Mir ist das Weltall lieber. So. Fangen wir mit den Kleinschiffes an. So. Da haben wir drin. Unsere vier Fregatten. Alle vier enthalten. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal. Die Angustelle ist ja bei denen auch wieder. Vorne. Jetzt schauen wir mal. Bei dem fehlt nix. Beim nächsten etwas. Hier ein kleines Bläschen. Und. Da fehlt auch nix. Aber hier. Ich hab immer das Glück. Dass ich einen mit der dicken Blase da wisch. Da hab ich immer Glück. Okay. Greenstar frei. Und dann wird das hinhauen. So. Was wir hier an der Seite sehen. Wir sehen ja schön. Die Bewaffnung. Jeder den Transi-Spieler. Der freut sich schon auf solche Fregatten. Und zwar können sie ja den Frontbereich. Die Vorbewaffnung. In 90 Grad abdecken. Und die beiden Backbord. Also die Steuerbord und die Backbordseite. Auch jeweils. Mit 90 Grad bestreichen. Also man kann. Im Gegensatz zu den Transi eigenen Fregatten. Drei komplette Feuerbereiche. Bis 20 Zoll abdecken. Äußerst. 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 Hilfreich. Diese Fregärten. So. Dann haben wir. Die Destroyer. Ey. Was ist das? Dunkles Resin. Moment. Ah. Hier. Eis am Stiel. Seht ihr das? Das ist ein dunkleres Resin. Schauen wir mal. Da haben wir mal. Kreuzerdeckigen. Sieht man. Na. Da sieht man. Moment. Den Fahrbotner steht schon. Da ist ein anderes Resin. Zu Anwendung gekommen. Wenn ich mir jetzt die so anschaue. Wow. Die Seitenteile sind auch. Richtig schick. Schauen wir uns die drei Modellchen mal hier ein bisschen an. Bei dem sind wir es natürlich richtig schön. Wo ist der Angusspunkt? Natürlich vorne. Finde ich immer suboptimal. Haben wir gesehen an der Fregatte. Die eine dicke, fette Blase. Naja. Nicht sehr schön. Jetzt schauen wir mal. Die Unterseite. Ja. Die Anklebestelle für den Flight Stand. Ein bisschen Seitenbewaffnung. Der Destroyer, glaube ich, hat ziemlich gute Vorbewaffnung. Und auch Torpedos. Ich glaube, Seitenbewaffnung keine. Sogar mal nicht. Rein hier vom Anfüllen. Fühlt sich das Resin auch härter an. Schauen wir mal, ob da bei den anderen. Irgendwelche Korrekturnring. Irgendwelche Patzer zu sehen sind. Nein. Hier nix. Und schauen wir mal hier. Auch nix zu sehen. Ah, da. Da ist ein Luftblaserl eingeschlossen. An dieser Flosse hier. Aber sonst. Nicht. Naja. Richtig schöne Modelle. Ja. Somit habe ich jetzt dann im Grunde das komplette Sortiment der Renz System Navy abgedeckt. Alles was es so gibt. Nach dem Zusammenbau schauen die Modelle halt folgendermaßen aus. Gut, die Fregatte, die musste nicht zusammengebaut werden. Aber allein zum Größenvergleich, dass man aber sieht. Zum Beispiel vom, zwischen Destroyer und den Kreuzern. Also alleine schaut er schon recht filigran aus. Aber so dazwischen kommt das, wie ich möchte sagen, zwar wie ein kleiner Bruder vor, aber er ist immer noch hübsch, hübsch klein. So, dann gehen wir mal ein bisschen näher hin, an die guten Modelle. Damit ihr auch die schön sehen könnt. So, dann drehen wir das Ganze einmal. Kommen wir zum schweren Kreuzer. Und der Fregatte. Auf die zwei Modelle freue ich mich als den Renz System Spieler eigentlich schon sehr. Weil die eigentlich eine Verbesserung zu meinen Schiffen darstellen. Die Fregatte allein, weil sie ja echte Breitseiten bewaffnet hat. Genauso auch wie der schwere Kreuzer. Und der schwere Kreuzer im Grunde auch noch knettig Vorwaffe hat. Die bei den selben Punktkosten wie der schwere Kreuzer, der im Renz System, fast sogar noch besser sind. Also, nicht die Bewaffnung, aber das ganze Schiff an sich. So, ein bisschen näher ran. So. Und dann gehen wir mal wieder ein bisschen raus. Wie gesagt, so sehen die Modelle aus, wenn sie fertig gebaut sind. Ops. Crash im Weltraum. Schnell pausiert. Somit danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch mit den neuen Modellen eine kleine Freude gemacht habe. Und mal schauen, wie lange ich brauche bis zum Malen. Also ich hoffe nicht, dass es Weihnachten wird, bis ich die bemalt habe. Aber wer weiß, life is ja a bitch. Und ja, wie gesagt, hoffentlich kommt im Sommer mal ein kleiner Bedrap mit meinen Rands. Würde mich selber auch freuen, weil die Schiffe haben mir von Anfang an immer am besten gefallen. Und ja, wenn ihr Kommentare da lassen wollt, schreibt uns einfach. Wir von der Grünen heute sagen leise Servus. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder irgendein Unboxing, einen Battle Report oder auch irgendein Brettspiel haben. Danke fürs Zuschauen. Euer Everlast. Fiat euch.